Eiswasser hier. Ja, bitte. Gerne gemacht. Ich schmeiß gerne anderen Leuten Wasser ins Gesicht. Hallo Leute, hier ist eure Lichia und herzlich willkommen zum MMO-Tag. Ja, MMO-Tag ist ein neues Format von mir. Und das setze ich aus dem Wörtern MMO oder MMO-RPG, was so viel wie Massenmesspiele Online-Rollenspiel bedeutet. Und aus dem Fastenwort Montag zusammen, also MMOs kommen jetzt bei mir immer am Montag. Und ich zeige euch jetzt ein bisschen noch Echo of Soul. Das ist ein Free-to-Play-Titel, den habe ich schon einmal in einem anderen Video gezeigt heute. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt oben rechts in die Ecke klicken auf das Video drauf. Dann werdet ihr direkt dahin verlinkt. Und ich bin Level 15 und ich wollte ganz gerne mit euch eine Sumo-Instanz machen. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich weiß also nicht, was uns erwarten wird. Es ist empfohlen, die ab 10 zu machen oder ab 14. Also ab 10 kann man sie machen und ab 14, so ist es eigentlich empfohlen. Und ich bin jetzt mal auf Nummer sicher gegangen und bin Level 15 jetzt. Und ja, das ist ziemlich einfach. Klickt einfach unten auf Dungeons. Dann auf Smart Matching. Helmikhöhle. Einmal schwer, einmal einfach. Aber wir nehmen erstmal normal, einfach und betreten das Ganze. Und schon sind wir auch schon im Dungeon. So, Solo. Empfohlen ab 12. Level 12 muss man sein. Doch nicht 14. So, ja, keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich hoffe mal, ich habe genug gegessen und alles. Na, ich könnte nochmal schnell was reinschmeißen. Hier, was essen wir denn leckeres? Ein bisschen Suppe. So, haben wir auch wieder mehr Energie. Gucken wir mal. Was soll ich bloß machen? Wo ist Elias? Wie schaffe ich das bloß? Ich bin doch so schwach. Was ist denn hier los? Begebst du dich ins Innere der Helmikhöhle? Könntest du bitte nach meinem verlobten Elias Ausschau halten, wenn du schon dort bist? Die anderen wurden von den Harpien verschleppt. Doch Elias ist freiwillig in die Höhle gegangen. Dem werde ich die Leviten... Äh, ich meine... Bitte rette ihn. Mhm, 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 mhm. Bring hypnotisierter Elias in der Helmikhöhle zu Raison. Und wenn er nicht regiert, schütte ihm einfach ein... Schütte ihm einfach dieses Eiswasser ins Gesicht. Das sollte ihn zu Vernunft bringen. Okay, machen wir einfach mal. Dann gucken wir mal, was die Mobs hier so können. Ich spiele übrigens eine Hüterin. Und zwar eine Sturmruferin. Also ich habe den Damagebaum gewählt, anstatt den Tankbaum hier. Und, äh, mal gucken, was wir hier so reißen können. So, jetzt sieht das ja noch ganz easy peasy aus. Man hat mir dazu geraten, dass ich die Mobs lieber zusammenziehen soll, anstatt die alle einzeln zu machen. Gucken wir mal, wie das dann funktioniert. Ja, ja, läuft doch ganz gut. Oh, hier sind welche. Die sind hier gefesselt. Ich kann die aber gar nicht retten. Naja, dann lasse ich euch hier in diesem ekligen, versüften Wasser sitzen. Vielleicht kommt ja später mal jemand, der euch rettet. Wer weiß das schon. So. Oh, bis jetzt ist das hier... Oh, das läuft. Hätte ich vielleicht doch schon früher machen können. Aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Ihr habt gerade gesehen, das Petal war so rot. Und da war so ein Netz vor. Das ist immer... Wenn ihr euch in einem Kampf befindet, oder euch einem Mob hinterherrennt, dann könnt ihr nicht in den nächsten Bereich reingehen. Und dann müsst ihr erst den Mob oder die Mobs besiegen. Ja. Machen wir euch auch noch platt hier. Zack, zack. Sieht sehr cool aus. Ich blende mal hier so ein bisschen die Sachen aus. Ihr könnt mit der Shift-Taste und der Z-Taste hier das Interface so ausblenden und so weiter. Ja, das macht doch schon einiges her, hier die Grafik. Also muss man wirklich sagen... Ähm... Die Entwickler haben ja viel Wert darauf gelegt, die Grafik schön zu gestalten. Auch für leistungsschwächere PCs. Und, ähm... Gut, Wanner ist jetzt nicht leistungsschwach. Aber ich muss sagen... Ich bin wirklich... Ja, die Grafik ist schön. Man muss den Stil mögen, aber ich mag ihn. So, da ist die Anführerin. Ich habe mich gar nicht mehr vorher noch richtig gebufft oder so. Schmeißen wir noch mal eine Heilrolle rein. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, das gehen wir hin. So. Wunderbärchen. Ah, wir haben sogar eine Hose bekommen. Mhm, mhm, mhm. Für die Erdwurferin. Ja, toll. Ich bin keine Erdwurferin. Naja, gut. Nehmen wir einfach trotzdem mit. Kann ich trotzdem anziehen? Ah, egal. Ziehen wir die einfach an. So. Oh, hä? Wo sind wir denn hier? Guckt euch das an. Sieht das nicht Hammer aus? Ich muss sagen... Die Quests sind typisch für ein koreanisches MMO. Das habe ich auch schon in einem anderen Video erwähnt. Man soll 10-Mops hier vorne töten und dann dem und dem das bringen und all sowas. Aber mit Freunden macht das echt Spaß, zusammen zu spielen. Komm, mach dich bereit. Irgendwas kommt jetzt. Okay, ich sollte mich beeilen. Oh, 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 oh. Okay. Das Vieh kommt. Das ist nicht gut. Ich bin noch nicht bereit. Kannst du mal heilrollen? Das ist ziemlich uncool gerade. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, also das ist anscheinend schon der Boss hier. Ähm, ja. Eigentlich bräuchte ich noch ein bisschen Leben, bevor ich hier... So. Oh, 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 oh. Das sieht nach giftigen Fallen aus. Oh. Okay. Jetzt können wir wieder ran. Ja, ihr habt hier so ein Ausweichskill. Das ist bei mir die F1. Da ist sie noch. Den könnt ihr alle paar Sekunden mal verwenden, um halt solchen Attacken auszuweichen. So, aber jetzt. Zack. Tada. Na, das ging ja. Das ging ja hier. Das war ja gar kein Problem. Hätte ich mich vorher besser vorbereitet. Hätte ich noch ein bisschen mich ausgeruht. Sturmruferin. Das ist für mich... Ja, das ist doch mal cool. Ja, das wollen wir haben. Das ziehe ich auch mal direkt an. Oh ja, das sieht sehr cool aus. Oh, das passt richtig gut zu meinen Haaren. So. Okay. Ausgeschlossen. Ne, abgeschlossen. Raus. Aber wir haben noch den Elias hier noch gar nicht gerettet. Also, ich glaube, da sollte ich noch mal zurückgehen. Also. Cool gemacht. Der kleine Dungeon. Das ist halt eine Solo-Instanz. Ab Level 10 könnt ihr hier rein. Ab 12 ist es empfohlen. Ich bin jetzt ein bisschen sehr weit drüber dann. Ich könnte ja noch mal das auch schwer versuchen, ne? Ach, da ist er. Ach, ja. Ja. Ich weiß, du möchtest auch von mir vermöbelt werden. So. Gut. Leg dich mal mit den anderen schlafen hier. So, er ist hypnotisiert. Ich bin ihr ergebener Diener. Ich muss den Harpeln gehorchen. Wasser. Wo ist unser Wassereimer? Eiswasser. Hier. Ja, bitte. Gerne gemacht. Ich schmeiß gerne anderen Leuten Wasser ins Gesicht. Hm. Ah, mein Kopf. Ja, renn nicht weg. Ach, du Heilige. Der hat jetzt aber noch ein paar Quests für uns. Das nächste Opfer. Willenlose Nager. Wilde Harp hier verlorener Sohn. Ob wir die jetzt überhaupt alle machen können? Weil ich habe mir hier schon jetzt einiges platt gemacht. Ach, mein Kopf tut immer noch weh. Diese verdammten Harpchen. Ihr Lied hat mich ganz... Ach, Plem Plem steht da. Ich habe erst ein I gelesen. Plem Plem gemacht. Oh, es sind noch andere von den Harpchen verhext worden. Einige Nager sind hier als Sklaven der Harpchen. Sie sind für die Entführung verantwortlich. Bitte töte hypnotisierte Nagerwache. Was? Wir sollen die töten? Ich würde ja gerne helfen, aber mein Körper... Bitte erstatte Sie, Bubbel, Richt. Äh, okay. Machen wir das erstmal. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt noch ausreicht, hier zu machen. Mhm. Gucken wir jetzt einfach mal noch. So, okay. Haben wir. Haben wir jetzt noch eine Belohnung? Wahrscheinlich sollen wir erst in die anderen Quests machen. Mhm. Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt für mich die Quest privat weiter. Ich wollte euch einfach mal den ersten Solo-Dungeon zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke über meine Klasse, über die Grafik nochmal geben und wie so ein Boss-Fight auch richtig aussehen könnte. Ich fand ihn. Ja, gut. Wäre ich jetzt wahrscheinlich Level 14 gewesen oder eher 12, wo es ja eigentlich mit empfohlen ist, dann wäre das wahrscheinlich echt knifflig geworden. Aber, ähm, ja. Ich hoffe, ihr hattet einfach euren Spaß daran. Wenn ihr Echo of Soul selber mal spielen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link dazu. und es kostet natürlich nichts, es ist ein Free-to-Play-Titel. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag und bis dahin, eure Alicia. Ja, ja. 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 Bis zum nächsten Mal.